Die Jungs und Mädels machen gerade hier verschiedene Challenges, um sich körperlich vollkommen fit zu halten, gerade bei den extremen Temperaturen und für ihre Aufträge draußen. Mit Weste, ohne Weste, Burpees, Liegestütze, Reifen ziehen, Kanister schleppen, Kiste stemmen, alles in dem groben körperlichen Bereich. Am meisten Spaß macht mir das Military Fitness, Reifen tragen, Reifen werfen, hammern, alles was draußen mit Gewicht ist. Musik Ja, einfach den Körper erstmal in Schwung zu bekommen und fit zu bleiben, mit den Kameraden sich hier fertig zu machen gegenseitig, an seine Grenzen zu gehen und vor allem draußen im Einsatz bestehen zu können. Musik Egal in welchem Level man sozusagen ist, wir schwitzen alle zusammen irgendwie und das ist für jeden gleich anstrengend. Musik Egal in der Hitze gewöhnt man sich eigentlich relativ schnell, vor allem jetzt in der Früh geht es noch, da sind ja meistens nur so 34, 35 Grad. Musik 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 Amen.